Man wünschte sich herzlich gute Nacht, die Tante war schrecklich müde. Bald sind die Lichter ausgemacht und alles ist Ruhm und Friede. Im ganzen Haus sind nur noch zehn, die keine Ruhe finden. Das ist der gute, fette Eugen mit seiner Basen und Zinnen. Sie warten zusammen bis in der Früh, sie herzen sich und küssten. Des Morgens beim Frühstück taten sie, als ob sie von nichts was wüssten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017